Weiter geht's hier bei Metro 2033. Okay, hier liegen doch noch ein paar Sachen rum. Bleiben die stehen, wenn man hier stehen bleibt? Nee, die gehen einfach weiter. Nein, bleib doch... Lasst mich nicht alleine hier! Hallo! Ah, okay. Jetzt bleiben sie stehen. Gut, dann kann ich mich jetzt doch nochmal umsehen hier. Weil anscheinend war hier ein bisschen was zu sammeln. Zumindest hier gerade in diesem Kästchen hier. Vielleicht liegt hier woanders noch was rum. Was wir übersehen haben. Vielleicht liegt hier auch noch so ein Metro-Buch oder so, was man... Aha. Guckt an. Oh, da sollte man vielleicht nicht reingehen. Licht... Ist hier Wasser? Nein, okay. Ja, eine neue Maske. Jawohl. Jetzt haben wir endlich eine neue Maske gefunden. Die haben wohl zu viel mit Wasser und Strom gespielt. Liebe Kinder, kein Wasser und Strom benutzen. Gleichzeitig. Ja, und Messer. Sehr schön. Seht ihr? Wenn man hier nicht sich umguckt noch, dann lässt man einiges liegen. Ne? Also wer hätte das gedacht? Ha, ha. Tja. Und hier liegen Granaten. Wir haben aber... Wir sind aber gut ausgerüstet. Okay, Messer könnten wir noch ein paar gebrauchen. Da ist ein Nachtsichtgerät. Das haben wir alles... Haben wir alles voll, ne? Wir haben... Wir könnten ein wenig Munition kaufen. Genau. Dann haben wir ein bisschen was. So. Dann können wir jetzt auch endlich weitergehen. Yeah. Yeah. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So. Da bin ich schon. Weiter geht's. Also Leute, viel Glück. Viel Glück. Also Leute, viel Glück. Wie man ein MG benutzt. Boah, ist das ein heißes Teil. Das ist heißer Scheiß, Mann. Das ist richtig heißer Scheiß. Ja. Das wollte ich schon immer mal. Ich sag ja, Phantasialand immer wieder. Ach, ich kann... Ach so, mit L. Ach so, okay. Und damit kann ich... Wie zieh ich nach oben? Ach du Scheiße. Okay. Das läuft sowieso schief. Das seh ich. Das... Das... Das kann gar nicht gut gehen. Das... Das kann nie im Leben gut gehen. Wie weit kann ich mich denn drehen? Ach du Scheiße. Möp. Möp, möp. Möp, 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 möp. Wow. Ach du Scheiße. Darf ich schon? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Das geht nie im Leben gut. Halt! Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohn liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Oh nein. Heben sie Evisier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemanen! Was, 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 was? Ach du Scheiße. Ja, feind von hinten ist supi. Wow. Ach du Scheiße. Wow. Wow. Wie cool. Hat ja schon mal super geklappt. Oh nee, 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 oh nee. Fahr ein von hinten. Alter, wie geil ist das denn? Okay, von hinten. Links, okay. Links, was, links, wo, links, wo ist links? Ich bin überall Fässer, aber da passiert... Ach da. Meine Güte. Alter, ey, was ist das hier? Mann, die sterben aber auch nicht. So, jetzt aber. Mein Name ist Rambo. Und ich bin so froh. Alter, wie viel kommen denn da noch? Wo kommen die in der Leer? Ist da irgendwo so ein Reisebus aufgegangen? Oh, ich muss warten, bis abgekühlt ist. Nein. Nein, 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 nein. Gott sei Dank. Hinter uns? Wo? Ach da. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon wieder. Oh, mein Gott, ist das ein Stress hier. Links, Atiom, links. Oder? Nee, rechts jetzt. Jetzt gleich rechts, oder? Oder nee, vor uns. Wo, 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 wo. Ja, wie soll ich den denn... Wie soll ich den denn platt kriegen? Der geht... Der geht... Wo! Oh, der hat uns schwer getroffen. Kriegst das Ding wieder zum Laufen, Kumpel? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich will hier nicht stehen. Ich will hier nicht stehen. Hör mal, ich will hier nicht stehen. Schmeiß das Ding wieder an. Schmeiß das Ding bloß wieder an. Schmeiß das Ding dann an. Alter, was? 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 Wow. Wow, wie auf einmal Licht angeht. Wie cool war das denn? Guck mal die scheiß Kiste hier. Wegballern. Wegbratzen. Wow, 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 wow. Ich sehe überhaupt nichts. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben. Ich wusste es. Ich bin tot. Das ist ja nicht schön gelaufen. Das müssen wir anders angehen. Boah, wie cool es ist, wie das Licht angeht auf einmal. Wie geil ist das denn? Hör mal die scheiß Holzkisten hier wegballern. Mein Gott, wie soll ich denn hier alle wegpratzen? Hör. 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 Alter. Alter. Was? 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 Okay. Ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Hör. Der stirbt aber nicht, der Kerl hier. Der will nicht sterben. So, jetzt. Ist der geflogen? Ja, wenn du mal ein bisschen schneller wärst, dann wär's ein bisschen zügiger gegangen. Dann wär's ein bisschen zügiger gegangen. Was, was, was? Nein! Ja toll, so hätte ich auch fahren können. Da hättest du ja mal vorher bremsen können. Willkommen in der Geisterbahn im Phantasialand. Mein Gott, sieht das geil aus. Ich möchte gerne mal hier in der Metro selber fahren können. Das wär cool. Was, 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 was? Da geht's... Ah, da kann er auf einmal bremsen, ja? Mhm. Ist das geil. Auf einmal kann er da bremsen. Guck an. Ja. Mein Gott, ist das cool. Darf ich mich hier... Okay, ich fühl mich... Na, er wartet da sowieso, ne? Wo geht der hin? Ich würd mich gerne hier mal kurz umsehen. Ob ich... Ob ich mich hier umsehen darf? Achso, ich werde mir vielleicht mal die Lampe anmachen, dann seh ich auch ein bisschen mehr. Ob... Ob hier irgendwas gibt zum Sammeln? Boah, das sieht so cool aus. Wow. Hat man das auch mal gesehen? Weil vorhin sind wir ja so vorbeigerauscht und mit dem MG im Gesicht sieht man das nicht so. Mein Gott, sieht das toll aus. Wie sind wir denn da vorher rübergekommen? Oder ist die Schiene weggebrochen hinter uns? Was wir nicht gesehen haben. Naja. So, mal eben... Ach, was mach ich denn da? Nein. Jetzt drück ich auch noch die... Vielleicht falsche das. Ich wollte doch wieder zzzz machen. So. Also, hier gibt's nichts zu sammeln. Gut. Dann können wir auch direkt weitergehen. Ja. Oh oh. Ich glaub, wir sollten hier unsere Maske gleich aufsetzen. Würde ich jetzt mal... Wo ist der? Wo ist der denn hingegangen? Hallo? Oh, geil. Cool. Da ist wieder ein... Da ist ja praktisch, dass er direkt daneben liegt. Das ist extra für mich. Das ist extra für Reflex, damit er auch sofort den Schlüssel findet. Yay. 150 Mund. Das ist sehr schön. Und Spinde zum Öffnen. Mal gucken, was wir da alles finden. Maske haben wir. Das Spiel erinnert immer mehr und mehr an Outlines. Ich weiß nicht warum. Vor allem mit den Spinden und alles. So, jetzt sind wir auch wieder super ausgerüstet. Cool. Das gefällt mir. Das ist so... Boah, was sind das denn für alte Bildschirme? Und was ist das für ein Dings? Ich bin am überlegen, ob wir nicht... Weil die Flinte... Ich gebe so ungern die Flinte ab. Aber ich werde die Flinte jetzt mal benutzen. Den nächsten Mal gucken, ob wir vielleicht doch mal eine andere Waffe mal ausprobieren. Ah, die Flinte ist schon cool. Die ist rot. Sehr schön. Wir sind echt verdammt gut ausgerüstet, muss ich mal sagen, ne? Ja. Ich werde mal eben auf den Revolver wechseln. Auf den Revolver. Ja. Und wir haben einen neuen Eintrag in unserem Gästebuch, wollte ich jetzt schon sagen. Eintrag 1. Und das nennen die einen Plan. Und das nennen die einen Plan. Die Tunnelratten würden bereits an unseren Knochen nagen, wenn wir nicht wahnsinnig Glück gehabt hätten. Ullmanns Plan bestand nur aus zwei Teilen. Wahnsinn und Überraschung. Niemand von Faschisten hätte erwartet, dass wir ihren Schienenweg erobern. Und außerdem haben sie keinen Blitzangriff von hinten erwartet. Ich habe keine Gewissensbisse. Die Zeiten des, äh, gesitteten Kriegs sind vorbei. Wenn du ihnen den Rücken stechen musst, um zu überleben, dann tun wir hier in der Metro das ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann schlagen wir noch einmal zu. Wichtig ist nur, selbst Rückendeckung zu haben. Nuss, ja, das sollte man... Das stimmt wohl. Rückendeckung ist immer gut. Alter, wo ist der hingegangen? Sag mal, kann der nicht auf einen warten? Aber hier kriegen wir so viel an... Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Alter, wie geil ist das denn? Aber jetzt mal nicht hier so blaues Licht geraucht, sondern eher... Was hat das denn für ein cooles Auge? Sondern eher eine Havanna? Wie geil ist das denn? Ui. Moment, muss ich mal eben kurz Batterie nachladen? Ich bin immer voll ausgerüstet. Das ist immer... Das ist immer am besten. Wo guckt der hin? Yeah. Auf geht's! Hüah! So. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Also wenn das demnächst einfacher werden soll, dann weiß ich nicht, warum ich Metro spiele. Dann hätte ich auch, keine Ahnung, Prinzessin Lillifee spielen können. Dann wäre es einfacher geworden. Ist doch ganz klar, dass es nicht einfacher wird. Wer erzählt denn sowas? Wer macht denn sowas? Verstehe ich gar nicht. Geil. Wieder U-Bahn fahren. U-Bahn fahren. U-Bahn fahren. Mit Marzipan. Hüah! Hats aber auch früh gesagt, Kumpel. Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also ducken oder schießen. Ducken oder schießen. Ja, super. Auf was denn schießen? Er war unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Nur seine Stiefel blieben übrig. U-Bahn fahren. U-Bahn fahren. Aber sei auf alles gefasst. U-Bahn fahren. Mit Marzipan. U-Bahn fahren. Mit Marzipan. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Moment, machen wir anders. Letzt. Ah, scheiße, so sehe ich noch weniger. Boah, was, 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 was? Wow, wow. What the fuck? Ja, bam, 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 bam. Ich mach auch gleich, bam, 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 bam. Boah, stirbt. Sterbt doch, warum sterben die? Boah. Ach du Scheiße, ach du, ach du, ach du, ach du, ach du, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Boah. Das ist aber hart. Das ist aber verdammt hart. Da werde ich aber trotzdem noch mal ein bisschen Mund kaufen. Yes. Hab ich. Sehr schön. Einbrecher-Trophäe erhalten. Cool. Ja, schnell. Brennt, ihr Säcke. Ach so, ich sollte vielleicht auch mal in Deckung gehen. Ah, okay, wenn man den Feuer erledigt hat, kommt man da schneller durch. Ah. Raffiniert. Dann soll ich es demnächst auch machen. Oh, 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 oh. Was ist hinter uns? Ja. Auf jeden Fall. Boah, sieht das cool aus. Was, 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 was? Da läuft, da läuft irgendwie Mutant. Die hässlichen Mutanten sind wieder da. Die haben ja schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn das? Da war doch immer. Haben sie in die Luft gebracht? Wow, 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 wow. Waaaaaahhhhhh. Wow, 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 wow. Was? Was? Wasserbahn, jetzt hier. Im Phantasialand. Wie geil ist das denn? Huh, cool. Ich bin doch geduckt, ne? Ja. Wieso hat er sich gerade trotzdem die Birne gestoßen? Ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Wie cool das doch gemacht ist. Wahnsinn. Da muss ich echt mal ein Lob an Dieb, Silver und 4L Games sagen, ey. Das ist wirklich klasse. Toll gemacht. Ich hoffe, du hast nur Gutes gehört vom Depot. Oh oh. Oh oh. Ich höre da was. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, da lieb. Was, 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 was? Wow, wow, wow. 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 Bam, 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 bam. Was, was, was? Lad nach, lad doch schneller nach, man. Alter. Komm mal. Hallo. Alter, was ist das? Was ist das? Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Was, was, was? Nein, nein. Nein, 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 und jetzt? Wer fährt jetzt? Wer fährt denn jetzt? Ach du Scheiße. Wow. Ich komme gerade vor wie Hugo. Uh. Die richtige Taste im richtigen Moment drücken. Ja. Links, rechts. Wie war das früher bei Hugo bei der Telefonsendung? Oh mein Gott, was spannend. Angekommen jetzt hier gerade mit der Hugo Dreisine und wie es weitergeht in der nächsten Folge. Also, tschüss.